Unter dem Motto »Bleib gesund, bleib im Ort« stellt das Land und der Gemeindebund Gemeinden ein Kommunikationspaket zur Verfügung, um das Bewusstsein in diesen Zeiten zu schärfen. Agrarlandesrat Max Siegelsberger wirbt in einer Kooperation mit dem Landesjagdverband und einer Mitmachaktion für Privatpersonen und Firmen mit der Blühstreifenaktion zum Schutz der Bienen. Die IFA verschiebt die für dieses Jahr in Grießkirchen geplante U18-WM und IM auf das Jahr 2021. Neben der Corona-Krise haben Oberösterreichs Obstbauern mit den Spätfrösten zur Obstblüte zu kämpfen. Am stärksten betroffen ist die Marille. Im Klinikum Grießkirchen bestärken die Mitarbeiter der Seelsorge und die geistlichen Schwestern in Zeiten der Krise Patienten und Personal. Während der Zoo in Schmieding geschlossen ist, sorgen die Katas für Nachwuchs. Auch bei den Kängurus schauen einige Jungtiere aus den Beuteln der Mütter. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Oberösterreich ruft in Zeiten der Krise zu erhöhter Sensibilität im Umgang mit Kindern und Jugendlichen auf.